Hallo Leute von heute, ich bringe grüße schätze ich hier über 52. Verfolge, HALPENUT, REF, IS, PIZZA, ja Ich habe dieses Video zwar schon richtig modelliert, also das Video gestartet, aber ich habe es nicht angehört und deshalb mache ich jetzt das Informat und jetzt geht das Video dort weiter, dort wo ich dann wieder aufgenommen habe So, da bin ich wieder Ja, sag, da haben wir geklingelt und der REF ist, der ist so leise hier weil ich ob es nochmal gestartet habe, nice Was hast du gemacht? Refi, 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 NEIN! Ah! Danke für die Fähne, hier wo kommst du? Danke! Fahnen Versatz Ne, das war ja schon offen stimmt So, ich bin im Game Mode Warum bist du im Game Mode? Ahnung E-Option Gott, dieser Himmel Gott, dieser Himmel So, jetzt bist du im Game Mode 0 Bin immer noch im Game Mode 1 Ne Doch, bin ich Immer noch Ne, bist du nicht Doch, bin ich Doch, bin ich Doch, bin ich Immer noch Hast du noch, äh, Redstone? Redstone Redstone Ja, eins hab ich hier Der Erde hab ich auch noch, falls du noch welches brauchst Kannst du hier zubauen Okay, mach ich Was, du weg? Ja, da weg Ja, war der Weg Ja, war der Weg Ja, war der Weg Ja, war der Weg Hier war der Weg Ja, war der Weg Ja, was du noch Hast du noch? Ja, hast du noch? Ja, äh, wie krieg ich das jetzt runterbringen? Ja Ich geh da mal pennen Ja, ich hole zuerst mal ein Repeater. Oh, das ist nicht. Geh mal frei, was ich hier gerade singe. Also von daher, ich höre mal ein Lob. Ja, ist besser. War das noch gesperrt mit das Video? Möchte ich nicht. So glaube ich auch nicht, oder? Äh, nee. Was ist schon wieder los? Also gibt es da wieder zu kichern? Also gehen wir schlafen. Ich lieg schon wieder an. Du kannst jetzt nicht schlafen, das ist ein Monster in der Nähe. Juhu! Oh ja, damit bin ich gekommen. Nein! Blöde Creeper, blöde Spinne, die hat mich geschlagen und dann kam ich zum, an dem Creeper zu nahe, juhu. Also, also, lustig zu sterren. Also, gehen wir schlafen. Also, wegen den Creeper können wir nicht mehr schlafen. Also, ich kann auch schlafen, dann werden wir nach unten. Und die Ziel. Nice, Level Stufe 11 erreicht. Komm in den Keller, komm in den Keller. Ja, mein Bett steht auch unten und ich kann unten schlafen. Dann bringe ich halt dein Bett nach unten. Ach, komm runter jetzt hier. Setz es. Ja, warte. Worum dort hinten? Hmm. Was, 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 was? Weil wir in alle BG wohnen. Jetzt momenten, warte ich gleich hin. Na, also, komm mit schlafen. Warte gleich. was gleich. Ich habe gesagt, komm, mach schlafen. L L L L L L L Also gib mir jetzt die zwei Erde die du mir geklaut hast 1 2 Leute, das muss einfach mal sein. Ich hab gesagt nach dem Energy Wing, ich glaub mal die nicht mehr mitmachen. Ich mach das, ich mach das! Ich mach das. Ich mach das. Du bist noch mal hin. Bisschen schlafen! Ich mach ich! Nee da kommt sicher eine Scherde hin, was denkst du? Super drauf ist mir ja auch gar nicht. Meinst du wohl wir haben ein Erdhaus oder was? Du ne, denk ich das. Reff, reff, reff. gute kannst du auch das eichenholz holen eben dann kannst du eichenholz hier rausnehmen und hier das eichenholz hin und was mit dem glas abkommen haben wir eine seite ohne glas jeder kannst du das glas wieder hin platzieren das ist eine kiste ist es du hast doch deine schuld dass er überreicht und ich meine ich habe ja auch nicht gesagt du musst es für mich hin zu bauen also du hast kein holz mehr oder ich habe nichts mehr aber ich habe nur eine axt warte ich geh mich mal einfach umbringen warum sind ihr creeper in meinem haus warum wegen dir weil du es nicht ausgebaut hast in meinem haus in meinem dach drin ist ein creeper warum sollst du nicht schlafen nein aus wenn du so noch lustig oder was das ist nicht gezündet ich sitze hier oben einfach so auf dem super und lache wie einfach so schlau Mann die wollte ich runterschutzen also ähm also ja ähm das kann ich dir erklären das kann ich dir erklären ich bleib jetzt hier ich bin eins mit dem haus ne eins mit dem haus komm jetzt an der schnau das ist da oben ah ah was machst du also wie gesagt ich möchte ihn mal wieder aufnehmen mit meinem energetwegen also dann musst du jetzt nicht die 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 den nur der Opfer hin das andere geht zur Wüste hin das kann doch nicht passen das kommt ja von der Wüste nein diese Repeater zeigen allen die gleiche Richtung lieber Refy ich hab ja ich hab wohl eine Ahnung von Redstone hehehe hier ist aber ein Repeater falsch nee gar nirgends das kommt von der Wüste hast du gesagt und hier ist eins gegen die Wüste ne doch glaub ich dir nicht ähm Redstone alter hier ist voll der fette Zombie aua viel nichts ähm was wollte ich essen wollte ich nein was hast du gemacht ich habe bei umgeburt kaputt gegangen ja dann baust du wieder zurück baust du wieder zu halb 1 ist nun weg gesprengt hier lang ich habe gemeint du kannst mit Kripp umgehen nein ich habe noch nicht gesehen ja dann muss ich ein bisschen aufpassen dass du noch zur weibung hast du mal auf jetzt ich habe noch nie zur weibung gespielt ich habe nur kreativ gespielt die ich habe noch nicht die 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 l die und die die welcher platte ja schön das ist Diamantnetz lass es Dekoration komm doch guck nicht ja gleich steppt der Bär ne kann ich auch schön anzeigen ja muss aufpassen was ist schon wieder passiert Kripper die so wie aber es kommt da hinten geradeaus durch und da ist ein Weg kaputt gegangen das kannst du aber wieder zubauen warum ich das ist deine Schuld weil du nicht da warst da hier ist der Erde zubauen was bist du da für ein Mensch ja ja gut aber ich kann es verstehen ich bring das ganze Projekt durcheinander du hast es zerstört ich wollte ja eigentlich nur mit streamen und nicht mit aufnehmen du hast ja auch selber nicht aufgenommen du hast ja mit gespielt du nimmst doch mal auf ich hab mit ich war mit bei beim streamen aber ich hab nicht aber ich wollte nicht mit aufnehmen ich wollte beim streamen da mit bei sein naja du musst jetzt nicht aufregen ja du hast die ganze Zeit wenn ich das nicht dabei bin denn bei der Aufnahme noch ja schon scheiße oder denn was ist immer noch kaputt nice so jetzt geht's entschuldigung dass ich immer wieder in den Gap 3 Affe her another loy das war La da das war mega das war rausgenommen ich kotze ich gerade an du gibst mir gar nichts also legt alle kürpiskuchen wieder die kiste in die kiste habe ich gesagt was ich bin auch ich möchte runter gehen auf damit sonst kannst du mir gerne zuschauen also das ist nicht anders sonst kannst du mir zuschauen ist doch schön oder ich habe etwas mit wasser gefunden wo hast du etwas mit wasser gefunden wo du nicht bist in außenangaben so was bin ich fies warum bist du so fies ich bin ich fies ey die farben hat gerade was gedroppt ne du machst du bei der wahl was warst du damit dass es daneben gegangen ist haben halt gerade was gedroppt so dann kannst du wenigstens kaum ein unsinn macht das ist auch schon mal gut das kann uns in deinem körper machen was zum potzen bringen ne das nicht ähm was ok dann können wenigstens keine monster spawnen das schon mal gut vielleicht mal wieder so ein kripport sprech das ganze hause weg die hier um die da die hier um die da ganz weit unten und was nicht eingraben ganz weit unten in der erde was ein raum ganz weit unten in der erde hättest du mir keinen raum machen können mein bett reingestellt und dann hätte ich dich auch nicht gemacht ja aber jetzt kannst du mir schön zuschauen oder holen die Kissen und reingucken was reingucken kann ich auch was reintun? ne scheiße sicher kannst du nix reintun was denkst du ne weißt du was wenn ich hier nichts mehr anlaufe ne weißt du was ich da mache das hier ok ja aber weißt du was das ist eine wenn du da immer wieder creeper die Luft gehen lässt und so mein Jogi ich versuche sie doch zu bekämpfen und wenn du dich auf mich hörst hör auf dich gut du kannst ja auch wieder in Gelb und Null gehen wenn du wieder kommen möchtest ok 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 so jetzt bist du wieder in Gelb und Null und jetzt gehen wir erstmal schlafen ja können wir auch ja ich komme oh hier ist Rüstung nicht anfassen dass meine Rüstung endlich schlafen so nice hier bist du wieder am verrecken ne warum sollte ich am sterben sein wer war zu einem Bett hin gepackt ach sah wieder Mann lass mein Bett oben nein das kommt jetzt zu mir und nach unten hin nein das kommt jetzt zu mir und nach unten hin nein das ist meins meins mein Bett nein das kommt jetzt nach unten äh äh subi ich hab ein Bett versteckt warum machst du sowas was ich hab doch gesagt ich hab doch gesagt ich bin mit ich bin auf du sagst sie soll mit aufnehmen ja bis du wir wie warum du ich ich habe was du nicht wenn du was du mehr machen kannst du kannst du mir vier zu Kraft erst mal die machen wie ich sie holz er drohen kraft große oder kleine es gibt nur grob es gibt nur kleine große kannst du ja zwei doppeltruhen vier tun zwei doppeltruhen heißt das er wird auf welch sein und betrunken n er hat noch 6 Prozent hier bitte truhen ich hab dir noch truhen gemacht und hast du hier einen Block hin platziert keine Ahnung also sie mal die alte Truhe kommt hier hin hier hin die alte Truhe kommt dahin also die hier ne diese diese die du gebaut hast das ist doch keine alte das ist die neue ok die ganze mehr ansieht hier wo kommen die andere hin die andere suche ich noch am plätzchen kommt der kopf äh wie wärs ja wenn die hier hinkommen so übereinander gestapelt äh ne hier kommt noch einer hin ja und zwar was machst du wie ein spiel was ist das ziel das ist auf dich zeit kommt jemand mit seiner axt und etwas wie das hier ich bin das jetzt schon wieder weg irgendwo habe ich noch einen ofen ja haben schon offen weil ich kann was soll ich sonst sagen er kann zumal damit aufhören hier die ganze zeit also kannst du noch mal eine gebrauchen ja die wir alle ja noch eine ja noch eine truhe diese truhe geht nicht mehr zu ja kann ich vielleicht noch mal holz haben ja sag das doch dass du kein holz mehr hast kann ich das riechen oder was ja das ist offen scheiße ich finde mein der wojang heißt diese wojang wojang ja wie schon wieder los nee doch hab dein träum erfüllt so komm mal da rein in den backofen komm mal in den ofen rein komm komm ja komm 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 na komm komm ich komm ich weil ich dann bald ich habe weiß was kann ich wollen hier Prozent übrigens die Läden noch brauchen Kier vermehren lassen es ist noch aufnehmen so lange wie ich möchte und die Bedingungen ich habe in der Zeit ja was heißt das für dich doch nicht ja auch schon ja ganz oft was seine Beschäftigung ist gut so damit die Kürbisse Melonen lasse ich bei mir die würde ich und auch auch da rein ja das soll noch das soll eine Ordnung sein seine 26 Skitiloordnung Mob Drop machen wir hier ne Werkzeug gehört mir ich bin fertig gefahren 1 ich habe sogar noch ein paar Eier bekommen na dann kannst du es unten reintun rauf Entschuldigung du hast jetzt ein paar wieder raus nein Pfeil ist weg das ist mein Pfeil gib mir den Pfeil wieder ich habe ihn nicht musst du denn sonst hast du noch einige gesammelt ne sicher nicht ein Pfeil du hast ein paar Hütchen in deinem Haus ok ok wir müssen schlafen wird dunkel was wird schon wieder dunkel weißt du oder das geht ja mega schnell es wird ja gar nicht dunkel es ist helliger helliger Tag du denn also ich brauche noch mal eine Truhe kannst noch mal eine Truhe craften da ich will ich will ich bin gleich ich bin gerade die Farbe losgegangen am müssen alles was verpacktes es ist ne und ne Butterkuchen oder was was der war wirklich schlecht ähhh soll jetzt mal gefahren du solltest die Nahrung und 어디 dort wo du wohnst dort sammle ich diese Tüte aber sieh mal das ist ja gut wenn man wieder mal aufgenommen hat deine Zeit lang da haben wir nicht mehr was ja und weißt du hier ja versuch mich mal bitte zu töten versuch mich mal zu töten Schild Schild das hast du genommen LPR warum das gehört mir Entschuldigung ne den lasse ich dir sobald ich wieder was hab dann tüte mich mit einmal weg das ich mal ab ja hallo was ist das hallo hallo ich kann nicht schwimmen ich rette dich komm raus hier warum ich komm mal raus ich komm mal raus lass mich lass mich lass mich in Ruhe ich will die Herzen aus dem Ort nicht so viele ja warte mal warte mal ich komm mal ein paar ich komm mal ein paar Samen bekomme und dann vermehre ich mal die Hühnchen mach mach du das hier haben wir hier haben wir es Weizenkörner haben wir hier da warte kurz ich hab schon zwei ich vermehre jetzt erstmal zwei und dann das ist gut ja 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 in diese Kiste in der Essenskisse doch und zu essen doch das gehört ja zum Abendpflanzen und zum Essen Alter die waren gerade ein Dreier ok ok eh warum jetzt los hier du musst mir die Fenster putzen hier du musst mir die Fenster putzen warum muss ich die Fenster putzen komm mal her ich bekomme jetzt die Fenster mit Eiern komm nicht zu zweideutig komm nicht zu zweideutig wir müssen schlafen Raffi nicht zu zweideutig wir müssen ja schlafen ich komm ja schon los schneller was mach ich denn rund um das Haus laufen was denn sonst komm runter da wird es unten wieder lass mir das Bett da runter genommen wo ist es jas aber der liegt doch noch einmal hin ja wie denn ja abbauen und dann da rein hier komm den Erdblock abbauen dann da rein gehen worum dort ich dich da jetzt hin die Thiel ne oh die Sache ist dir hier auch doch einfach hier unten und ist der Partykeller also gehen wir schlafen komm jetzt schlafen ich darf doch schon mal ja warum hast du mir das Bett abgebaut ich will dich auch bringen ich will dich feiern einfach Entschuldigung aber ich feiern es ist mein Bett mein Eigentum hör auf hör auf bau das wieder hin das auch du hast die Leiter nicht ich hier ich habe nur zwei Leitern du hast den Rest das habe ich nicht doch ja was hast du da alter Hand hm das war cool hast du noch mehr Leitern hast du noch mehr Leitern Raffi hast du noch mehr Leitern ja also dann gibst sie mir noch ja dann gib mir die Rest restlichen Leitern komm schon ich hab noch gar keine was ich hab noch gar keine wieso sag ich den Leitern gehen weil ich eine hab das ist vorhin zwei ja die hab ich doch dahin geplacet man äh ich geh dann mal zur Farm hin zu welcher Farm hier hinten die automatische Melonen Kürbis ja natürlich ja Melonenfarben mein ich ja Kürbissen hast du noch Scherde die hab ich nicht die hab ich nicht ich hab noch Kürbissen neun Stück dann kannst du's in die Kiste legen äh 32 sagen wir auch nicht fack ja okay ich war hier alles nach unten ja gleich weg ah ich wette das stimmt auch wieder gleich weg Kiki da vielleicht nochmal online kommen ah ich bin ja immer noch in der Aufnahme bestimmt was was wann musst du weg was anschauen was okay äh wo ist die Trichelohre okay am Abend kann ich nicht nicht weg was machst du warum hast du eine normale Lohre hingebaut das ist keine Plantage das ist eine Farm warum ist das eine normale Lohre wo hast du die Trichelohre hingetan komm jetzt geh da rüber komm ich möchte einen Block hin platzieren jas was M was überhaupt diese Fakten ist keine Ahnung ja was ist los n ach n Nee. Nee, das mag True Crew weiter. Also Baumgeburt eigentlich. Hat ja schon wieder einen neuen Namen. Überlegen, wenn man den unbenannt hat. Was musst du jetzt schon aufhören? Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, tschau Leute von heute. Sag tschau. Tschau Leute von heute. Dschau. Mach esosタack, wo wir wie gehen. Häh這是 600- habla-resteack. Dschau. Was sagt. Dschau. Dschau. Digunta.